Aber gut, wie helfe ich jetzt ihr drüber? Da unten? Wow, da bin ich durchgefallen! Da hinten? Das geht, hier hinten rum, aber... Hilf Didi über den Abgrund! Hilf Didi über den Abgrund! Ja, wie soll ich dir denn da helfen? Was? Die Schilder leuchten sogar! Kabarett! Die Schilder leuchten! Die Schilder leuchten! Die Schilder leuchten! Ich habe Anti-Chaper komplett durchgespielt, aber... Auf dem Boden irgendwas? Geh mal bitte... Oh mein Gott! Geh mal... Bitte ein Meter vor die Brücke und bleib da stehen! Ein Meter... Was ist ein Meter vor die Brücke? Ein Meter vor die Brücke und bleib da stehen! Ist das jetzt ein Meter hier vor? Ich kann die Teile kaputt machen... Ich kann die Teile kaputt machen... Ich kann die Teile kaputt machen... Ich will gar nicht den Chat lesen... Ich will gar nicht den Chat lesen... Ich will nicht den Chat lesen... Nun! Nein! 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 Manny! Hilf Didi, langsam tut's weh! Oh Gott, ich habe so gedacht, dass das zum Verbrechen ist.